Hey Leute, was ist wieder für euch und willkommen wieder zu einem Triple Matchdex Unboxing Battle auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir haben nicht nur ein normales Triple Matchdex Unboxing Battle, sondern ein Triple Bundesliga Unboxing Battle, Leute. Wir haben die normale Serie, wir haben die Action und wir haben die Extraserie. Alle Serien, die es vom Hause Tops gibt zur Bundesliga, ich habe sowas von megamäßig Bock auf dieses Triple Unboxing Battle, Leute. Wenn ihr genauso Bock habt, lasst ein Däumchen nach oben da. Vielleicht packt mir auf dieses heutige Video die 300 Däumchen, Leute. Dann gibt es beim nächsten Mal, dann nehme ich beim nächsten Mal nochmal Champions League auf. Champions League Triple Unboxing Battle und die Bundesliga. Also das quasi, die Bundesliga gegen die Champions League Antritt. Also alle Tops Serien, die es dieses Jahr gab, nehme ich dann in ein Battle mit rein. Ich denke mal, das ist doch ein geiles Angebot, ne? Also haut mal raus, Leute. Und wer noch nicht Abonnent ist, kann meinen Kanal auch kostenlos abonieren. Jawohl, es geht. Ich habe insgesamt sechs normale Päckchen. Bedeutet, ich werde pro Runde zwei Päckchen öffnen, weil hier sind ja fünf Karten drin. Und von den anderen Serien hier habe ich ja elf Karten drin. Zack, elf Karten Matchdex Action. Also insgesamt gibt es drei Runden. Aber von der normalen Serie öffne ich halt immer zwei. Und auch bei der Extra-Serie immer ein Pack. Da sind zehn Karten drin. Ganz genau, dass es auch hier fair zu starten geht. Nicht, dass ich hier ein Pack öffne. Da sind nur fünf Karten drin. Hier sind elf. Und genau, deswegen öffne ich davon zwei. Ich habe Bock drauf und wir starten hier auch direkt rein. Lelele, let's go! So, wir starten mit einem Danny D'Acosta. Und der ist schon mal nicht verkehrt, ne? Füll Krug, Mitchell Weiser, Joshua Kimmich und alles sein Player. Und da ist Kimmich natürlich schon ein ordentliches Brett. Der Kimmich, der Kimmich. Kann man das eigentlich überhaupt noch toppen? Ja, man kann es toppen, aber es ist schwierig zu toppen. Leimer, nein. Leiner auch nicht. Und Edmundsen auch nicht. Also hier, Leimer und Leiner in einem Pack. Das ist auch seltener als alle Club 100 Karten in einem Pack. So, Magitex Action. Kimmich legt schon ordentlich vor. Sehr, sehr ordentlich. So, ich muss gucken, wo der Online-Code war. Weil ich habe ja jetzt auch angefangen, wieder die Apps zu zocken. Und da bräuche ich noch ein paar Packs, Leute. Chris Löwe, Tobias Mohr, Ken Reichel, Laurent Janz, Marvin Plattenert, Hakimi. Jetzt haben wir hier so das Gegenangebot, ne? Der Kimmich ist der Bayern-Außenverteidiger. Und der Hakimi ist schon von den Dortmundern. Ah, ich will jetzt nicht sagen, besser. Goretzka ist auch halt dabei. Hier noch ein Körber und ein Luka Waldschmidt. Okay, 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 okay. Ja. Ist Kimmich besser als Goretzka? Ist Goretzka besser als Kimmich? Ist Hakimi besser als Kimmich? Also wenn jetzt ein Lewandowski kommt, dann würde ich mich für einen Lewandowski entscheiden. So, schauen wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, was wir hier dabei haben. Die Topsmagics Extra-Serie ist für mich von diesen drei Serien einfach vom Design her die geilste Serie. Alleine diese Triple-Karten hier, diese Trio-Karten. Hier, Linard Koch, Schlotterbeck vom SC. Sehr, sehr geil. Stefan Lichtsteiner, Matchwinner. Nicht besser. Rode, nein. Didavi, nein. Vandenberg, nein. Erik Thommy, nein. Leiner, nein. Ditken, nein. Gru Zurek, nein. Und ein Jürgen Luka-Dia auch, nein. Also die Match-Tags Extra-Serie ist schon mal raus. Puh, Leute. Die Dortmund-Fans werden jetzt natürlich sagen, Hakimi ist besser. Die Bayern-Fans sagen, Kimmich ist besser. Ich entscheide mich für Kimmich. Ich sag, Kimmich nimmt hier das 1 zu 0 mit. Also 1 zu 0 zu 0. Und wir machen weiter mit Runde Nr. 2. Runde Nr. 2. So. Zack. Und da starten wir mit einem Oliver Baumann. Logos, Gujic, Niakate und Marlon Ritter. Von den vielen würde ich Oliver Baumann sagen. Stambouli, nein. Salein, nein. Klaus, nein. Und ein Thomas Müller. Und es ist mal wieder ein Bayern-Spieler, der hier ganz vorne liegt. Aber man muss halt auch einfach sagen, die Bayern-Spieler sind die besten Spieler in der Liga. Ist einfach so, Leute. Wer was anderes sagt, der hat die Fan-Brille auf. Ich hab mich ja eben auch gegen Marco Grujic entschieden. Wobei ihr wahrscheinlich gedacht habt, ach, der nimmt safe Marco Grujic. Das hat sicher jeder von euch gedacht. Kann das sein? Nein. Thomas Müller ist natürlich der beste, Leute. Thomas Müller. Wer kann sich daran noch erinnern? So. Abfahrt. Nächstes Pick. Schauen wir mal, ob wir hier jemanden besseren dabei haben. Zerui, Rudi, Brekalo, Klostermann. Würde ich aber jetzt nicht vor Thomas Müller einordnen. Ne. Hier ordne ich gar keinen vor Thomas Müller ein. Auch Klostermann nicht. Ja, aber ist aber dicht dahinter. Also Klostermann wäre der Spieler gewesen, hätte ich mich nicht für Thomas Müller entschieden. Hätte, hätte. Fahrradkette. Wir gucken hier rein. Und wir starten hier mit. Wo ist das die Club 100? Das ist die Club 100, Leute. Ihr wisst, wer das ist. Deswegen dreh ich es direkt um hier. Willian und Wut Weghorst von Wolfsburg. Auch wenn das eine Club 100-Karte ist, würde ich mich gegen ihn entscheiden. Jakobs, Abt, Skarke, Bubala und Baumgartlinger. Jan Fiedt, Abt ist der beste Kippo. Nein, natürlich nicht. Alle wieder zur Seite. Und die normale Match-Tech-Serie hat jetzt schon vorzeitig gewonnen, Leute. Kimmich und Müller im Doppelpack hier. Puh, entscheiden das Triple-Bundesliga-Magic-X-Unboxing-Battle. Wer hätte das gedacht? Ich auf jeden Fall nicht. Aber wir haben ja noch eine Runde. Und wir müssen jetzt noch den zweiten Platz ermitteln. Wir müssen jetzt noch den zweiten Platz ermitteln. Oder es kann auch sein, dass es zwei zweite Plätze gibt. Weil, wenn jetzt die normale Serie den dritten Punkt macht und den Hattrick-Punkt quasi. Mit Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Chuchu. Ähm, ja. Ist erstmal der beste. Aus dem ersten Pack. Aber von der normalen darf ich ja zwei öffnen. Hier im letzten Pack, Leute. Also wer die App auch zockt. Genauso wie ich. Bam, bam. Der schnellste kann sich den Online-Code hier schnappen. Hühnemeier. Keins. Torgan Hazard, Oskar Wendt und Anton. Hier verdrängt für mich Torgan Hazard Mario Gomez. Und schafft es Torgan Hazard gegen die Karten aus der Match-Jax-Action-Serie und oder Match-Jax-Extra. Das werden wir jetzt herausfinden. Es ist wieder die Klub-Ein-100-Karte und es ist Kai Havertz. Und für mich ist Kai Havertz besser als Torgan Hazard. Deswegen kann ich ihn direkt schon mal weglegen. Also den zweiten Platz kriegen wir heute auf jeden Fall. Thomas Müller noch dabei. Oxford. Ja, Thomas Müller. Besser als Havertz. Ja, nein. Jetzt ist es die letzte Serie, die jetzt hier dann daran nochmal irgendwie rütteln könnte. Alter, hier. Schäfler von Wiesbaden. Richtig, richtig geile Karte. Adam Jan von Hoffenheim. Nein. Bujelab. Nein. Kinzombi. Nein. Okoroji von Jan Regensburg. Nein. Marco Richter. Nein. Ampadu. Nein. Dubtsch. Nein. Geiss. Nein. Und Velkovic. Nein. Alles. Nein. 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 Wir haben einen zweiten Platz. Nämlich die Top Smash Dex Action Serie. Also es geht von links nach rechts. Platz Nummer 1. Die normale Match Dex Serie. Platz Nummer 2. Die Match Dex Action Serie. Und Platz Nummer 3. Die Top Smash Dex Extra Serie. Leute. Wenn ihr ein Battle sehen wollt. Mit. Ja. 6 Serien quasi. Mit den normalen Champions League. Mit den Champions League Extra. Und Match Dex 101. Und dann noch die ganzen Bundesliga Serien. Also die Serien. Die heute auch schon am Start waren. Klar. Es könnte sein. Es könnte sein. Dass dann die Champions League Serien Platz 1, 2 und 3 holen. Und die Bundesliga Serien 4, 5 und 6. Weil halt vom Papier her. Vom Namen her. Äh. Die Champions League Karten natürlich besser sind. Aber ich hätte Bock drauf. Auf das Battle. Und wir ermitteln somit die beste Match Dex Serie. aus dem Jahr 2020. 2019. 2020. Ganz genau Leute. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn ihr euch gefahrt habt, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.